Nein, es war so klar, es war so klar Jo Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Survival Games Ich hab einfach mal wieder so ein bisschen Bock und so Und jetzt werden wir einfach mal gucken, was wir da so reißen können Äh, noch so ein bisschen trainieren für unser PvP-Projekt Minecraft Legend Jo, äh, einfach mal gucken, äh, ja, ich hoffe, dass ich hier keine Teams erwische Weil manche, die spielen trotzdem Team, obwohl Team verboten ist und so Und das ist einfach Scheiße Und ich laufe in die Mitte auf jeden Fall Wiii, jo So, ah, ja, gut, wenigstens etwas und jetzt schnell weg Ich hab ne Angel, wow Ich hab ne Nein, ey, du Mongo Nein, nein, du gehst da weg Okay, da hinten sind Kisten Komm, bitte schnell, Schwert, 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 Schwert Komm Jawohl, Schwert, Feuerzeug und Schuhe Der kommt, der kommt direkt Und Hä, lol Jo, der ist weg vom Fenster Der andere, wo ist der andere? Fuck, der ist schon gut ausgerüstet Schnell, 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 schnell Bam, bam, bam Komm, komm, komm Ja, der ist weg Nice Und den hier kriegen wir auch noch Komm, 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 komm Bitte, 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 bitte Das wäre jetzt so genial Yo, wow Mega geil, Basti Was geht mit dir ab? Coole Runde, coole Runde, coole Runde Kurz chill Level geben Ähm, kurz Rüstung checken Das hier anziehen Äh, die Schuhe aus Das hier an Das Schwert jetzt erstmal nach da So, so Und so Und das Essen noch kurz nach da unten Und wow 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 Wow, meine Freunde Ich sage nur Der Party geht ab Oh fuck Oh oh Und jetzt einmischen Auf den da Auf den da Juck, weg Bam Bam Nein, nein Das war scheiße Fuck Das waren einfach zu viele Auf einem Fleck Da konnte ich nichts machen Keine Ahnung Zählt mal mit Wie viele Kills das waren Und Äh Jo Jetzt Da schreiben die Mr. Moore Ist der hier im Game Äh Hä Oh mein Gott Ich hasse Vollkosten So Ich gehe direkt nochmal In eine Runde rein Weil mir die Runde hier Eigentlich gut gefallen hat Doch Ich hatte Pech So Dann gehen wir einfach mal In die Runde So Und gucken einfach mal Was wir da reißen können Hey Mann Ich hatte Ich hab wirklich gut gespielt Ich habe hier Gekillt Gekillt da Und dann kam halt einer Und da hatte ich einfach Keine Chance Konnte ich nichts machen Slash Start Youtube Partnerkräfte Und so Äh Jo Schreibt mir mal Wie viele Kills Ich da gerade In der Runde hatte Und Äh Wenn ihr Fragen Zu Minecraft Legend habt Könnt ihr das mal In die Kommentare Schreiben Weil Äh Ja Mann 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 Es Es nervt gerade Es hat mich gerade genervt Welcher YouTuber Ist hier Ja Der Bär mit der lange Schere So Auf geht's Schneller Schneller Ich will jetzt spielen Ich will spielen Wenn schon Mr. Moore Ja klar So Jo Wenigstens das Wenigstens ne Waffe Direkt hier rum Hauptsache weg von den anderen Erstmal Sind da hinten Kisten Sind da hinten Kisten Da ist direkt ne Kiste Na geil Und Jawohl Das ist schon mal Erstmal gut So Wow Schutzzeit vorbei Mist 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 Da ist noch ne Kiste So Tag Nein Es war so klar Es war so klar Mann Es Kein Bock mehr Ciao Bis zum nächsten Mal